Hallo, heute möchte ich euch den Fernstudiengang Master of Business Administration MBA Entrepreneurship und Innovation der Akkad University vorstellen. Dieser Studiengang ist auf Akkad ein Studium für Macher. Es bereitet die Studierenden darauf vor, selbst zu gründen, Gründer zu beraten oder Führungsverantwortung in kleinen und mittleren Unternehmen zu übernehmen. Dieser Studiengang ist in der Standardvariante auf eine Studiendauer von fünf Semester ausgerichtet und in der Sprintversion auf vier Semester. Er schließt mit dem akademischen Grad Master of Business Administration MBA ab. Der Studiengang umfasst 120 Credit Points nach dem ECTS-System. Der Studienbeginn ist voraussichtlich erstmalig am 1. September 2015. Danach ist der Start dann jederzeit möglich. Die Kosten betragen 14.520 Euro. Darin ist die Prüfungsgebühr enthalten. Zugangsvoraussetzung, um sich in diesen Studiengang einzuschreiben, ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer anerkannten Hochschule im In- oder Ausland sowie zusätzlich mindestens einjährige qualifizierte Berufspraxis sowie Englischkenntnisse, da einige der Inhalte in englischer Sprache verfasst sind. Wenn ihr euch zur Akad austauschen wollt mit anderen Interessenten und Fernstudierenden, Erfahrungsberichte in Blogs nachlesen wollt oder selbst einen Blog schreiben möchtet, könnt ihr das bei fernstudiuminfos.de machen. Außerdem könnt ihr eure Fragen auch gerne hier in die Kommentarbox einstellen.